Hallo und Herzlich Willkommen von Fortnite Rekke die Welt Shop Video Wir gucken mal rein in den Shop was da heute Neugieres gibt Heute ist mal wieder Sonnkast, immer wieder Sonnkast, kommt die Erinnerung Vorab noch erwähnt, am Ende kommt noch ein Gewinnbiel Wo natürlich jeder Fortnite Rekke die Welt wieder ganz heil nehmen kann Und ja, das Gewinn wurde mir an Sonnkast bekannt gegeben Aber das Gewinnbiel kommt auch am Ende also Wir gucken nachher mal in den Shop rein Und danach kommt das Gewinnbiel An Ende, los geht's So, was haben wir in den Shop? So, wir haben jetzt neu in den Shop bekommen Kinga Kekenwaffe, Geckhockhaugen, 680 Goldbarn Kinga Magie Waffe, 5HK, 680 Goldbarn im wöchentlichen Shop So, und ist alles gleich im wöchentlichen Shop In Gewinn Shop haben wir auch neue Gänge bekommen Wo wir liegen hier Vor Geickhaugen, 200 Goldbarn Gern kocht Geickhaugen 680 Goldbarn in den Wöchentlichen Waffe Das ist ein Geickhaugen Während ich wuchte Und ja, neue Gachen im Event Shop So, und im wöchentlichen Shop So, Top-Kampf war ruhig, aber das waren noch nicht alles, liebe Freunde Wir haben auch neue Unterfangsgegen bekommen Hier haben wir eine neue Unterfangsgegen bekommen Die dann auch wieder Bieren kann Die ist jetzt auch neu korrig Ja, dann haben wir noch was Neues bekommen Dann haben wir die Guffen wieder korrig bekommen Kann auch mal wieder Bieren, wenn man Bock hat Ist auch wieder korrig Ja, das können wir halt die Gachen, die wir jetzt wieder korrig bekommen haben So, liebe Freunde Wir haben wo euch gerade ankommen Aber jetzt auch mal noch korrigieren gewinnen wir Was gibt es denn Kuh gewinnen? Fangen wir mal an, liebe Freunde So, zwei Leute haben die Gange Haben die Gange Gange Da ich nicht noch korrigieren bekommen Auf Level 144 So Das war aber noch nicht alles, liebe Freunde Zwei Leute haben die Gange Na Kornoku bekommen Auf Level 144 Und das Gange ich Mal Also Gange ich mal Bekönnen Wie ihr gesagt Ich ergabe noch mal genauer Das ist ja jetzt begeistert So Ich ergabe noch mal genauer Bei manchen würde ich kapieren Das denke ich mal wiedergott nicht So Die genauer Kornoku hier Eine Paragon wie ihr gesagt Bekommt Gange ich Glück Nein Das ist nämlich nicht, liebe Freunde Um das mal genauer zu ergangen Zwei Paragon bekommen Gange ich noch korrigieren So So Begeistert Zwei Paragon bekommen Gange ich noch korrigieren Ich hoffe ihr habt das kapiert So Das gibt Kuh gewinnen Das können zwei Leute gewinnen Wie ihr gesagt Zweimal Gange ich noch korrigieren So weiter geht Dann gibt es noch Kuh gewinnen Dann können natürlich Zwei Leute können Ein Tag Beikor gewinnen Das heißt insgesamt Können vier Leute Teilnehmern gegen gewinnen wir Und können gewinnen Also gewinnen können Ingesamt vier Leute Ich hoffe ihr habt das kapiert Vier Leute können gewinnen Was ihr dafür machen müsst Ihr müsst einfach nur kommentieren Ich will gewinnen Kommentiert euer Epic Name Und am nächsten Sonntag Wollen die vier Gewinner bekannt gegeben Kuh gewinnen Gibt es Vier mal gleich ich noch korrigieren Auf Level 144 Denn Kuh gewinnen Gibt es Vier mal 1K Beikor Oder Obsidian Kann ja nicht halt auch Kuchenbachern haben will Ob man Obsidian haben will Oder Beikor Das kann ja auch Kuchenbachern Ich kann Das könnt ihr dann selber entscheiden Ob ihr Obsidian haben wollt Oder ob ihr Beikor haben wollt Einen davon nur Und ja Wie gesagt Vier Leute können gewinnen Probiert euer Glück Kommentiert euer Epic Name Kuh gewinnen Und am nächsten Sonntag Wollen die Gewinner Bekannt gegeben Algo Es lohnt sich ein Abo gar zu lassen So Lieber folgende Bist ihr bescheid Und dann war ich mal dran Ich hoffe mal Ihr habt alles kapiert Die Teilnahmebedingungen Ich erwähne es noch einmal Leske Mal Leske So Ihr Gibt ein Kommentar Ich will gewinnen Kommentiert euer Epic Name Kuh gewinnen gibt es 2x Galschino Kornhoch Auf Level 104 Und dann gibt es natürlich noch 2x Er kann ja selber auch Kuchen Ob man Beikor haben will Oder ob man jetzt Obsidian haben will Kann selber auch kuchen So 1K Also 2x 1K Es weder Obsidian werden Haben will Oder wenn er Beikor haben will Ich hoffe ihr habt das kapiert Biergast Nimmt Teil Liebe Freunde Gibt einen Kommentar Ich will gewinnen Nimmt ein Lieblings Gewinn Biergast Und dann war ich dann Bis zum nächsten Sonntag Danke fürs zukommen Und los geht's mit dem Lied wieder Bis zum nächsten Sonntag Es war mal wieder schön Ich wünsche euch eine angenehme Woche Und bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal